Hallo liebe Camper und Camperinnen aus Dingesbühl, darf ich euch wieder begrüßen zu einem kleinen Fortschrittsvideo. Wie ich ja schon versprochen habe, wollte ich euch da auch auf dem Laufenden halten. Es wird jetzt auch ein kleines Video, um mal darzustellen, warum ist eigentlich so ein Einbau von Steckdosen, Wechselrichter und so weiter, manchmal so komplex. Und warum häufen sich da die Arbeitsstunden? Zum ersten fangen wir hinten mal an, was wir hier gemacht haben. Hier haben wir natürlich, die habe ich euch ja schon mal angesprochen, die Steckdosen verbaut für die E-Bikes zum Laden. Die sind jetzt fertig, die sind sauber verkabelt und alles drin. Und wenn wir jetzt mal in Innenraum reinschauen, haben wir hier die 230 Volt Verteilung schon wieder fixiert und fertig gemacht. Was hat sich hier geändert? Ganz einfach, hier haben wir einen Fi zusätzlich verbaut. Den sehen wir hier, wo mein Finger drauf ist. Das ist jetzt nach dem Wechselrichter, wo wieder der Fi, bevor die Steckdosen zum Tragen kommen, eingeschaltet ist. Dann haben wir hier den Fi, wo der Landstrom drüber läuft und hier natürlich die 16 Ampere, sprich 10 Ampere, glaube ich, Sicherung für die ganz normale Absicherung, wo schon vorhanden war. Und somit ist auch die 230 Volt Verteilung schon komplett fertig und abgeschlossen. Natürlich, was ganz wichtig ist bei einer Netzumschaltung, Netzvorrangschaltung, dass Kühlschrank ausgeschliffen wird. Normal auch das Ladegerät. Jetzt in unserem Fall Ladegerät nicht, weil wir ja ein Multigerät verbauen von der Firma Victron. Somit müssen wir das Ladegerät nicht ausschlaufen, weil das dementsprechend im Muldi schon mit verbaut ist. Wo haben wir den Muldi verbaut? Gehen wir mal hier rum. Der ist gerade hier noch offen zu sehen. Hier haben wir den Boden wieder reingemacht und hier ist auch der Muldi verbaut. Die Kabel werden alle noch entsprechend sauber geordnet, damit das alles sauber ausschaut, sauber verlegt. Und hier oben kommt dann der MPPT-Regler von der Solaranlage, wo wir noch reinkommen. Und hier haben wir die 12 Volt. Das graue Kästchen ist die 12 Volt Absicherung, die gesamten Sicherungen drin. Und ja, so schaut jetzt das aus. Ist sauber und ordentlich. Und wie gesagt, Kabel und so weiter müssen noch ein bisschen aufgeräumt werden. Da sind wir noch dabei. Dann haben wir hier den Ladebooster verbaut. Der ist hier. Die Batterie. Eine hier. 200 Ampere unter Sitz. Genauso wie hier unten. 200 Ampere unter Sitz. Hier haben wir gerade das Ladegerät am Laufen, weil man natürlich, bevor wir die Batterien parallel zueinander schalten, also die Akkus heißt sie eigentlich, müssen wir natürlich die Batterien, Akkus einzeln separat aufladen, damit die alle beide 100 Prozent haben. Damit die auch schön sauber parallel laufen, laden wir die vorher natürlich auf 100 Prozent auf, damit das alles sauber ist. Dann haben wir hier, sieht man hier, unseren Messschand verbaut für einen Batteriecomputer. Und hier unsere 300 Ampere Sicherung für einen Wechselrichter. Da kommt natürlich nur Deckel drauf, wird noch alles abgesichert. Die liegen hier seitlich noch. Genau. Damit das alles sauber und ordentlich ist. Der Ladebooster ist natürlich auch zur Statterbatterie hin noch abgesichert. Mit seinen dementsprechenden Sicherungen und mit den Querschnitten vom Kabel, damit das alles zusammenpasst. Was wir hier rausgezogen haben, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz raus. Oder beziehungsweise nein, ich bleibe gleich mal hier. Hier haben wir, ihr seht hier, die Anzeigen verbaut. Einmal die Anzeige für den Multi, für den Wechselrichter. Und einmal den Batteriecomputer. Hier haben wir ein Drehrad. Hier kann man die Landstrombegrenzung einschalten. Die Landstrombegrenzung ist eigentlich das Medium, wo ganz wichtig ist, wenn ich zum Beispiel nur einen Campingplatz, einen Stellplatz habe, wo ich eine 6 Ampere Sicherung habe. Ich möchte aber jetzt was betreiben, was einfach mehr Strom in Anspruch nimmt. Hier haben wir zum Beispiel 400 Ampere Stunden zur Verfügung. Somit können wir dann hier auf den Landstrombegrenzer einstellen, 6 Ampere. Alles, was über die 6 Ampere geht, zieht dann der Wechselrichter automatisch aus den zwei Liontrons raus, um das zu ergänzen. Zum Beispiel Klimaanlage, Föhn oder Toaster, Heißwasserkocher, was man nicht alles so hat und betreiben möchte. Und ja, dann knallt die Sicherung nicht raus auf dem Campingplatz. Und ich bin in der Lage, dementsprechend meinen Strom, den restlichen, wo ich gar benötige, selber zu produzieren und zu äußern. Dann kommen ja noch die vier Platten drauf. Das machen wir gleich am Mondach. Da machen wir dann noch einen Fertigstellungsfilm. Den zeige ich auch noch. Und dann haben wir im hinteren Bereich, das habe ich ja schon mal angeteasert, hier unten zwei Steckdosen verbaut. einmal 12 Volt, einmal 220 Volt. Dann haben wir hier oben eine Steckdose verbaut mit 220 Volt. Dann haben wir hier unten einen dritten Schalter verbaut, damit wir das Nachtlicht getrennt voneinander schalten können. Und dann haben wir hier auf der Seite hier unten auch noch eine 230 Volt Steckdose verbaut. So und jetzt, warum ist das so komplex? Warum dauert es so lang? Ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Zum einen bei der Steckdose hier, beziehungsweise auch bei den beiden Steckdosen da hinten, muss man natürlich die Kabel einmal quer durchs Fahrzeug ziehen. Unter anderem haben wir dann hier die Blende weggemacht. Und ich blende euch mal jetzt ein Bild ein, wie es hinter dieser Blende ausgeschaut hat. Habt ihr das gesehen? Und genau das ist die Schwierigkeit, wo wir dann haben, wo wir uns durchwühlen müssten. Durchwühlen heißt, die richtigen Kabel zu finden, die richtigen Stränge zu ziehen und dementsprechend die anderen, die hier so wild verlegt sind, nicht zu verletzen. Und jetzt gehe ich noch weiter. Jetzt schauen wir mal ins nächste Fach rein, wo wir ja hier die beiden Anzeigen reingebaut haben, warum auch das so kompliziert ist. Guckt euch hier mal dieses Fach an. Seht ihr das? Es ist doch unwahrscheinlich. Und in diesem Fach müssen wir uns einen Überblick verschaffen, wie hier was funktioniert, wo hier was läuft, für was, was für ein Kabel ist, damit man hier einen Überblick kriegt, nichts beschädigt, dennoch alles am Laufen hält und den Überblick nicht verliert und dementsprechend auch wieder die neuen Sachen, wo verbaut werden, korrekt anschließt und alles sauber hat. Ist das nicht verrückt? Guckt euch das an. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man das nicht in irgendeiner Form anders lösen könnte. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wir versuchen jetzt hier, nur grob so ein bisschen eine Sortierung rein zu kriegen. Natürlich können wir nicht alles auseinanderreißen und alles dementsprechend machen. Was für mich also wirklich unverständlich ist, sind solche Dinge hier. Wie kann man Kabel hier einfach aufrollen, zusammenspulen? Ich will nicht sagen, es ist, ja doch, ich muss schon fast sagen, also das ist echt Pusch. Und ich weiß ja gar nicht, warum man das so machen muss. Also aber gut, man denkt sich wahrscheinlich hinterblenden, egal wie es da ausschaut. Aber das macht natürlich uns im Zubehörverbau das Leben schon ein bisschen schwer, weil wir müssen ja natürlich gewährleisten, dass das alles sauber verbaut wird, dass das alles saubere Ordnung hat und dementsprechend alles sauber funktioniert. Und das ist natürlich schon echt eine Herausforderung. Und jetzt gehen wir mal kurz noch mal raus. Da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Was wir auch entdeckt haben, hier haben wir einen kleinen Kabelstrang, den mussten wir entfernen, weil wir den nicht mehr brauchen, weil vorher war unterm Sitz das Ladegerät verbaut. Hier wird eine Plusleitung verlegt. Also wir haben es hier sogar beschriftet am Anfang. Also hier, das ist genau die Plusleitung zur Aufbaubatterie gewesen. In Braun, was jetzt soweit nicht schlimm wird. Im Kfz gibt es ja keine Vorschrift, wie man was verwenden darf. Aber selbst der Hersteller, dem ist das Kabel dann anscheinend zu kurz gewesen. Macht dann hier eine Verbindung und ins Rot. Ist das nicht phänomenal? Also ich finde das schon grandios. Also wenn man dann auch hier die teilweise Verpressungen anschaut. Ich meine, die Verpressungen sind ja noch ganz okay. Das passt. Aber warum macht man hier keine Isolierung drüber? Warum? Also wir finden es halt optisch immer schöner, wenn man hier dann dementsprechend wirklich zu isoliert bis davon hin, damit da, ich weiß nicht, also da könnte ein anständiger Schrumpfschlauch drüber. Hier schaut das Kupfer raus. Das ist doch nicht schick. Also das ist definitiv, hier guckt euch das an, also das ist nicht meine Qualität. Also das ist, Verpressung ist okay, das passt. Aber man muss doch dementsprechend hier einen anständigen Schrumpfschlauch drüber machen, anständig isolieren, damit das alles sauber passt. Das ist natürlich nicht so toll. Aber gut, wir haben es eh noch mehr gebraucht, haben es raus gemacht und haben natürlich anständige, saubere Kabel eingezogen, damit es sauber passt und dass es dann anständig funktioniert. Genau. Hier haben wir nur ein paar Durchführungen machen müssen. Da sind wir dann auch nochmal durch, von da oben runter. Aber das passt jetzt auch alles. Ansonsten ist alles top verlegt. Und ja, ich denke halt, manche Dinge müssen einfach nicht sein. Könnten wir besser machen, könnten wir ein bisschen anders gestalten. Also wir schauen jetzt zumindest, dass unser Einbau sauber ist und damit es sauber funktioniert, alles sauber abgesichert wird. Montag werden wir die Solarplatte gar, die Platen gar aufsetzen und werden dann dementsprechend nochmal ein Video machen und euch mal den Multiplus in Funktion zeigen, damit wir auch sehen wie das Ganze dann fix und fertig ausschaut und funktioniert. Hier oben kommt noch eine Steckdose hin. Die dürfen wir nicht vergessen. Da liegt aber hier schon das Kabel dafür da. Das haben wir schon reingeliegt. Das kommt dann hier oben. Ihr seht, anständig mit Schutzschlauch überzogen. Das ist also ein Punkt, hinter den Möbeln mit Schutzschlauch überzogen, damit wir eben Scheuerstellen und so weiter dementsprechend verhindert. Nützt natürlich nichts, wenn ich nur vorne rum den Schutzschlauch ziehe, wo das Kabel schon blank ist. Da brauche ich den Schutzschlauch nicht. Ich brauche dahinter, da wo Vibrationen vom Fahren auftreten, wo das Kabel scheuern kann, da muss ein Schutzschlauch hin, da muss das Kabel geschützt werden, gegen aufscheuern, durchscheuern und so weiter, damit keine Kurzschlüsse entstehen können. So, in diesem Sinn dann noch eine kleine Geschichte in eigener Sache. Vielleicht haben wir durch unsere Videos unheimlich viel Schönes ausgelöst. Wir kriegen unheimlich viele E-Mails, Anfragen. Daher bitte ich euch, macht weiter so. Finde ich toll. Aber gebt uns ein bisschen Zeit. Ich komme wirklich sonst nimmer rum und es kann manchmal ein bisschen länger dauern, bis ich eine Antwort schreibe. Ich werde alle E-Mails abarbeiten. Nur es sind mittlerweile so viele, die ich wirklich ein bisschen brauche. Und es wäre auch toll, dass, wenn ihr eine Anfrage stellt, einfach auch detailliertere Angaben zum Fahrzeug mitgebt. Es ist einfach manchmal schwierig, wenn eine Anfrage kommt, ja, was kostet es, eine Dieselheizung einzubauen. Drum mal Gas raus, Diesel drum mal rein. Wäre toll, wenn ich zumindest wüsste, welches Fahrzeug das ist, damit ihr abschätzen kann, wie der Aufwand ist, weil ihr seht schon hier an diesem Fahrzeug. Es ist einfach schwierig einzuschätzen. Jedes Fahrzeug ist anders. Es gibt keine gleichen Autos. Jedes ist anders verbaut. Bei jedem wird die Kabelführung anders gehen. Und ich sage nur wieder, schaut euch den Kasten an. Manche Kabelwege sind sehr komplex und kompliziert. Da muss man einfach sich reindenken, reinarbeiten. Und da kann man nicht pauschal sagen, kostet so und so viel, weil man da wirklich wissen muss, mit was hat man es zu tun? Welches Fahrzeug ist es? Damit man sich da dementsprechend wirklich reindenken kann. Auch wenn ihr eine Anfrage habt, Mensch, ich möchte einen Lithium-Akku, empfehlt mir mal, welchen soll ich nehmen? Dann brauche ich natürlich immer dazu auch die Option oder beziehungsweise das Wissen, was sind eure Stromverbräuche. Das ist auch immer ganz wichtig, weil mir empfehlen nicht einfach, nimm mal pauschal so und so viel Amperestunden Akku, sondern es ist ja wichtig, oder Solaranlage, Größe der Solaranlage. Es ist ja wichtig, damit man euren Strom, den er verbraucht, auch kompensieren kann mit der dementsprechenden Solaranlage, mit dem dementsprechenden Akku. Und was ist euer Ziel? Wie lange möchte ich autark stehen? Möchte ich drei, vier, fünf Tage, eine Woche autark stehen? Auch das gehört zu der Zielfindung hinzu, um festzustellen, wir brauchen eine Solaranlage in der Größe, mindestens mit der Kapazität, den und den Akku, den und den Wechselrichter, um alle Geräte zu betreiben. Und dann kann ich eine vernünftige Lösung ausarbeiten und euch dementsprechende Angebote unterbreiten. Doch wie gesagt, gebt mir da ein bisschen Zeit. Ich mache es sehr gern, bloß ich muss natürlich auch noch und möchte natürlich auch noch die Werkstatt unter meiner Obhut haben. Wir müssen das alles auch anständig verbauen. Ich kann mich nicht acht Stunden am Tag nur vom Rechner setzen, weil dann passiert hier in der Werkstatt nichts. Also wir müssen das schon auch aufteilen und daher wirklich bitte ein bisschen Zeit. Ich mache alles sehr gern. Meine Frau bemüht sich da auch regelrecht Antworten zu geben, nur brauchen wir ein bisschen Zeit. In dem Sinn, da bedanke ich mich bei euch ganz herzlich und freue mich natürlich weiter auf Mails und auf Anregungen, was wir alles verbauen können, dürfen und sollen. Da sind wir rege dabei und wir werden das auch weiter tun. Dann noch die Geschichte, was wir auch neu haben, ist, dass wir eure Gebrauchtfahrzeuge, falls Interesse ist, natürlich anbieten. Dementsprechend auch verfilmen und ein Exposé erstellen und dementsprechend unverbindlich ins Netz stellen. Da können wir dann auch noch dementsprechend was machen, wenn ihr eure Fahrzeuge verkaufen wollt. Sprecht uns einfach an. Eine kleine E-Mail. Was für Auto ist es? Um was handelt es sich? Ihr könnt es uns bringen, am Hof stellen. Wir können dann dementsprechend drüber sprechen, was ihr wollt, wie wir das anbieten. Wir machen ein Video. Camper Tobi wird sich auch dementsprechend mit einbinden. Dann werden wir alles mögliche tun, um eure Fahrzeuge in der gebrauchten Art und Weise zu verkaufen, um dass ihr euch eventuell was Neues kaufen könnt und da wieder voller Dinge loslegen könnt. Dann habt ihr den Ärger los, die Verhandlungen los und wir sind eh hier im Laden und da können die Kunden sich die Fahrzeuge hier vor Ort anschauen und dementsprechend begutachten. So, jetzt habe ich euch zugetextet mit aller Hand. Ich hoffe, das war nicht zu wild. Den einen oder anderen Versprecher bitte ich mir zu entschuldigen und ich möchte dann noch mich ganz herzlich, wirklich ganz herzlich bedanken für die tollen Feedbacks, die ich bekomme unter den Videos, auch von den Likes und den Abonnenten. Super, also toi toi toi. Ich nehme euch weiter mit auf unsere, ich sage es immer Reise, weil das, was hier vor uns steht, sind tolle Lebensträume, wo ihr euch erfüllt habt, wo richtig teuer sind. Wir haben die Ehre, an solchen Fahrzeugen arbeiten zu dürfen. Ihr schenkt uns das Vertrauen dazu und wir lassen euch auch teilhaben. Deswegen, weil ich möchte, dass ihr wisst, wie wir arbeiten, was wir tun, damit auch gewisse Sicherheit eurerseits da ist, weil solche tollen Fahrzeuge möchte man nicht jeden in die Hand drücken, einfach so, um da irgendwas machen zu lassen, was nicht Hand und Fuß hat. Das ist uns ganz wichtig, damit auch die Transparenz da ist nach außen hin und ihr wirklich seht, dass man vernünftig mit eurem Lebenstraum und mit eurer Lebenseinstellung umgeht und dass ihr auch weiterhin unheimlich viel Spaß da drin haben könnt und das richtig toll genießen könnt mit dem, was wir hier veranstalten und gemacht haben, weil es soll ja alles, wie ich sage, so schön wackeln, passen, sitzen und so weiter. Das ist uns eben ein ganz großes Anliegen und vielen, vielen Dank nochmal für die mega Unterstützung und wir freuen uns auf jedes weitere Abo, auf jedes weitere Like. Da sind wir unheimlich dankbar dafür. Lasst uns einfach miteinander das Ganze gestalten. Wir sind da sehr, sehr flexibel, wollen einfach noch viel bewegen in unserem Leben, gerade was die Autarkie, was die Wohnmobile betrifft, das Umbauen, das Umrüsten betrifft. Da haben wir noch ganz viel vor und wir freuen uns schon auf den Riesenweg und ja, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende, Restwochenende. Wir haben ja schon Samstagabend oder Samstagnachmittag und wir hören uns bald wieder. Spätestens, ja, ich sage jetzt mal Dienstag, Montag, Dienstag machen wir das Fertigstellungsvideo hier, dann nehme ich euch nochmal mit, wie alles funktioniert und dann machen wir uns auf aufs nächste Fahrzeug. In diesem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich, macht's gut, bis bald, ciao, ciao und, ah, stopp, gesund bleiben, ganz wichtig. Alles Gute, bis dann, ciao.